Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Dass Menschen Westdeutschland gibt. Dass Menschen Westdeutschland gibt. Die deutsch-demokratische Republik von innen her aufweist. Niemand in unserem Staat. Niemand in unserem Staat. Ist denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Adenauer, Adenauer, Adenauer ist der Hitler von heute. Der herzliche Einfluss solcher Musik. Der herzliche Einfluss solcher Musik. Adenauer, Adenauer, Adenauer ist der Hitler von heute. Adenauer, 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 Adenauer ist der Hitler von heute. Adenauer, Adenauer ist der Hitler von heute. Adenauer, 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 A dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Ich denke, Genossen, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht. Niemand. Adenauer. Adenauer. Adenauer ist der Hitler von heute. Niemand, 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 niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Adenauer. 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 Die Deutsche Demokratie in den Augenblick. Die Deutsche Demokratie in den Augenblick. Die Deutsche Demokratie, die Deutsche Demokratie, die Deutsche Demokratie, Adenauer. Die Deutsche Demokratie, die Deutsche Demokratie, Adenauer. 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 Die Deutsche Demokratie. Adenauer ist der Hitler von heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017